ARD Text im Auftrag von Funk Hahahaha Feel the rainbow taste and feel the rainbow Hahahaha Okay, that's not so bad Oh, that's not so bad Oh, that's not so bad Ah, good Ah, we have also almost a 9 78 I don't understand I don't understand I have to say I have to say I have to say I have to say never to start with WoW And then it's back to me Because I said, I don't want to put time in there I have to ask my mother That she bought for me Because it was all over She was driving 60 or 70 km Um this shit to buy Alter Yeah We know, Burning Crusade We had a Freistunde At the school And then we had to go to the next Saturn And then we got it That was really cool And then we were all in the car Move, bitch Get out of the way Komplett durchgepflügt Einfach Ich bereue die Zeit tatsächlich nicht Wir haben Zeitdruck, verpisst euch, danke Das geht in meinem Leben Ja Ja Und dann als Schüler, wenn man so wenig Geld hat Ah, 16 Euro Pfff Kacke Fenster schon offen, ich sehe neben dir Ach, Chen Chi Ich dachte eben, das ist hier Chi Chi aus dem Stream Ach, Chen Chi Der gerade wird gespielt Zermatt ist hier Wo? Äh, Pink gegen gerade nicht hier Der liegt da gerade glaube ich Aber auf jeden Fall ein Thatcher eben Haben wir die Tür gesichert? Ja, die schießen da auch durch Ja, die schießen da auch durch Die machen diesen beschissenen Trick, den ich gerade machen wollte Pato, unten hat der Nordöstlich Ja, und ich musste runter droppen Da Wenn die auch reinkommt zu dir, Pato Hast du eine Treppe, seid doch anders Ja, schon immer Ach, da, ja, ja Die sind, äh, Parade durchgebreached Wo durch? Guter Container Warte, geht auf, oder? Das ist ein Schild Oder bei dir, Breezer Nee, bei mir ist alles zu Das ist bei mir Shit Pass auf, die sind ja schon close Ja, die Treppentür rein Ich warte noch ein bisschen Das ist ein Recruit Da draußen, das scheiß Scheiß rasen wir so laut Schild ist durch, nach rechts Da ist auch der neue Operator Ja Hab ihn Neuer Operator ist auch noch da hinten In der roten Garage Jo Jo Oh, wie saft Oh, das ist der vier Oh, ich muss nachladen Da ist noch ein Schild Jo, neuer Operator steht Oh, das ist jetzt richtig kacke Ich hab noch 14 Schuss Los Heimert down Nice Teufel verkackt Ja, dein Zweck ist nicht wieder rüber Hab einen verletzt Ich hau ab Ja, das ist der neue Operator wohl Weg wird Weg wird Ja Da ist noch Fuse Hebt ihn grad auf Ja, Shit hat ihn aufgehoben Achtung, Pato, links ist auf Links ist auf Links ist auf Ja, gesehen Boah, ich treff ihn nicht Ich bin so doof Komm, jetzt machen wir schön hier einen Winkel einfach Jeder holt sich einen Winkel Wir können hier links eh nicht durch Conny, du hast unten, oder? Nein In oben Wo ist der gestorben? In oben Bei B Bei B, ja Die gucken auf mich Oh, ich hätte grad erschießen können Nein Das ist der DMR BlackB Was? Von wo? Oh Shit, Shit, Shit Oh, Setscher ist hinter dem Schild Neh mich zurück, Freezer Wir müssen die woanders Einnehmen Schild kommt vor Macht jetzt die Kamera kaputt Ja, die Cam hält natürlich wieder alles aus Schild down Nice, nice Einer noch, nur noch der Neue Ja, der ist im Raum drin schon Nice Oh Wie ich im Stream grad noch mal sie Wie ich an der Treppe stand und sie überlegt hab Geh ich jetzt hoch oder Was? Achso Ich dachte grade, das wär der Kiel Hi Es war so, hallo, schon zu Hause Das war echt scheiße gerade Also ne, die Runde war gut, aber Ja Da mach ich mal den Tank Oop Ich bin FT1 Französischen Ja Auch hier vorne Selben Räume Selben Räume wie wir Ich würd sagen, wir nehmen aber den vorderen, ne Ja Ja Der ist leichter Ernsthaft Ja, du hast doch gesehen Das ist logisch Ja, du leuchtest ja rot Ach, das sind doch nur noch vier Ja Ja Der eine hat direkt disconnected, dass ich ihm hätte schon gegeben hab Achso Das ist natürlich cool Der Teamplayer Ja, ich bin spawned Oder wir können Pato Wir machen hier mal auf Hat einer von euch ne normale Breach Oder Pato, komm mal her Oben, irgendwo auf Oder was Irgendwo ist gerade ein Loch geschlagen worden Ja, hier, hier Der liegt Holz glaub ich auf der Festerbank Das ist ein Kapkan Ja Rein in die Mitte gerannt Soll ich auch fahren? Schlag mal auf unten, ja Ich lege die Drohne rein Oh, Kapkan liegt da direkt Der scheiß Nebel hier Kapkan hab ich... Jo Der Raum an sich ist clear Ok, ich geh rein Der Flur ist auch clear Oben das Fenster ist auch Sieht da braver aus Ich sehe, ist gut, ist gut, ist gut Da ist einer drinnen, ne? Hier wo ich jetzt klinge Ähm Jo Der ist verletzt Der ist verletzt Alfa ist hinten an der Ecke Wo Conny den getötet hat Oh, Bärenfalle Bin ich dumm Ich bin so dumm Geht der an, bravo Feind draußen hinten bei der Treppe Einer muss mir aufhelfen Einer von beiden Warte oder X4 Ich hol, ich hol X4, mach du Der andere wollte geradezu hin und Werf ich das Ding da hin? Wie war Äh, die Dings, die Frostys da drin, wo er gepinkt ist Abs Loll Was? Was? Ach, hinten in der Ecke Da wo Conny eingekillt hat Genau da sitzt der Wo Conny den letzten gekillt hat Ja Irgendwas stimmt mit meinem Netcode gerade nicht Ich schieße die Leute an, es passiert nichts Ich hab grad auch die Frosten Das ist im G-Magazin gegeben Ja, Frost hab ich grad beschossen Nichts Und der in der Ecke grad auch aufm Kopf Nichts Ganz komisch Hm, naja Ja, in ne Bärenfalle gelaufen Nook, ja Von der anderen Seite Ich garantiere dir, wär ich durchs Fenster gegangen Hätte ich aufm Boden geguckt Aber ich bin ja von der anderen Seite vom Fenster quasi da reinges gegangen Und dann, jo Dödöd Song Wär wahrscheinlich Da ist immer das Fester rein Da ist einer rein Nee Der ist keiner rein Das war sowieso Ich guck in den Raum Denk so alles klar Und Alex denn nur so Ja, da ist einer drin in dem Raum Und ich war schon kurz davor zu sagen Nee, da ist keiner Und auf einmal bewegt sich der Kapkan aufm Boden Oh, doch Hoppala Hast aber nur einen Schuss gebraucht glaube ich, ne? Ja War ein Headshot Also von daher Achso Das ist eh Hat jemand einen Pump dran? Ah, sehr gut Wollen wir mal hier W-W-W-W Gratis Wohin? Oh Corny, die würde ich nochmal abnehmen Weil ich weiß nicht, ob ich dann hier die Wand verstär... Kann er nicht Okay, dann verstärkt ich hier die Wand Und hau einfach Liegt viel zu hoch Ja, die wird kaputt gehen Jo Ja Warum will man auch die Wand verstärken? Ja, weil der Bombenraum dann nur von einer Seite aus bestätbar ist Du kannst dich hier voll auf das Fenster konzentrieren Ich geh in den Nebenraum Okay Hast du noch ne Wand? Ja Ja Also da schnell in die rote Garage Weil ich schreif vielleicht nicht mehr Kann ich meine Kamera kurz? Westborn checken Ja, bin drin Die sind eh Gabelstapler Ich spotte jetzt einen oder zwei Neue Kameraübertragung läuft Das Gerät ist vorbereitet 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 Feinde gefunden Toll Toll Verkackt Die sind genau weggerannt als du geworfen hast Echt jetzt? Wer hat nämlich gerade dieses Festigen einer Sprengladung hören können Gerne Fremster Werfen Kann Valkyrie die geworfenen Camps nicht mehr aufnehmen? Doch, aber die waren so hoch Doch, aber wenn sie zu hoch liegen Äh, rote, rote Garage ist ein Schild Fuse Schild Hat glaube ich ein Hit oder so Ich glaube die sind nun über uns drin Bei uns? In der roten Garage drin Ja Ja Immer noch Der Errichtung mit verstärkten Wänden Komm hier rein, wo er pinkt wurde an der Seitentür Kurz überlegt ob ich sie hinein Ja ja, ich camp gerade mit dem Oh Exle, bist du auch mit denen Bescheid gegeben, dass wir wissen? Was? Ey ich hab ja schon Ich hab ja... Das ist ja okay, das weiß er nicht Der hat mich ja... Der doch, der rechnet das damit Ist ein Schild gewesen, Pato Ja, das ist nämlich gut Weil ich hab mir zwei Wunderholz Achso Der wird sich auf das eine konzentrieren Und ich schieß vom anderen Der random ist von irgendwas gestorben Oben, ja Schild immer noch in der Garage Jo, hab ihn Den neuen Operator Gut Dann haben wir gewonnen Da oben ist die Tür auf Ah, da kommt eine Drohne runtergefahren Die sind ganz oben drin, ja Warte, ich hab den Gang Ach, du bist in der Garage, Conny? Mhm Ist aber keiner mehr Jo, die kommen Wollen bei A rein Schild und irgendwas dahinter Schild hab ich Nice, den dahinter hab ich Pfff Jodo Er ist im Magazin rein Nice War völlig überfordert Auf einmal Schild Direkt neben mir da Ach, noch ein Schild Okay Nice Oh, schön Ich bin reingeholzt Flawless Yeah Mit zwei Kills Gussis ist auch schön Gigi Gussis Hätte ich erst geschrieben Jo Oh, 20 Punkte Mehr hast du für MVP Ich hab grad nochmal gespottet extra in der Kamera, ne Du Azi Du Azi